Beim Thema Energieeffizienz geht es um mehr als nur um Energiesparen. Es geht auch um verbesserte Produktionsbedingungen. Es geht um die Frage von Innovationsfähigkeit. Und das ist die Grundlage, damit Unternehmen zukunftsfähig arbeiten, sichere Arbeitsplätze, guten Lohn bieten. Und das ist genau das, was die Menschen wollen. Wenn junge Menschen ins Leben starten, wollen sie eine Perspektive haben. Familien wollen eine Sicherheit haben. Und dafür brauchen wir innovative Unternehmen. Dafür trete ich ein. Dafür will ich kämpfen. Jens Katzeck, SPD.